Helmut T. war nicht zur Arbeit erschienen. Die Kollegen machten sich Sorgen, weil das war völlig ungewöhnlich für diesen sehr gewissenhaften Mitarbeiter und sie informierten den Sohn. Und der ging dann hoch in die Wohnung und wusste überhaupt nicht, was los war. Die Tür war verschlossen zum Schlafzimmer. Die trat er dann ein. Ja, und dann fand er seine Eltern und mittendrin den kleinen Bruder, der völlig verwirrt dort herumlief, denn das Kinderbett des Jungen stand im Schlafzimmer der Eltern.